Wir sind hier auf dem Mobile World Congress bei Sony und haben das neue Tablet Z-Tune. Es ist extrem dünn und sehr sehr leicht. Es liegt deutlich unter 400 Gramm. Es ist so gut. Es ist so gut. Es ist so gut. Wie auch die Vorgängermodelle ist es wasserdicht und staubabweisend. Dazu gleich viel mehr. Am Nico SDS-Rod ist ebenfalls vorhanden. Es gibt zwei Versionen. Eine mit LTE und eine mit WLAN. Mit USB-Anschluss. Lautstärke. Hier ist das Z2 Tablet und auch das ist wasserdicht und soll hier unter Wasser prima funktionieren. Sieht sehr gut aus, man kann unter Wasser Fernsehen gucken. Da blubbert etwas. Ob das so gewollt ist, werden wir noch in Erfahrung bringen. argumentarium. Hochschm matt rupees 1.